Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Heute spiele ich Clovelli. Ich sage dir, das Wetter im April in Südafrika ist bombastisch. Kein Wind und trotzdem warm, nicht zu viele Urlaube. Ich möchte einen ganz kurzen, wichtigen Tipp dir geben. Und es geht um den Abschwung. Wir wollen auf der Ebene bleiben beim Abschwingen. Und wirklich der einfachste Weg für dich, das hinzubekommen, was du von außen kommst, ist an deinen Kopf zu denken. Ich habe jetzt den Drive in der Hand. Ich werde ausholen und was ich denken werde und was du denken solltest, ist den Kopf hier zu lassen. Weil wenn ich meinen Kopf hier lasse, ist es fast unmöglich von außen zu kommen. Okay, so das ist mein einziger Gedanke, meine Hüfte hier irgendwo zu haben und mein Kopf da, wo er war, vor dem Schlag, hinter dem Ball. Das war ein schöner, kleiner Draw und kein Slice. So denkt daran, es ebt. Bis bald. Bis bald.